Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio und damit zu meiner Reaction auf unser Auswärtsspiel bei Schalke 04. Unser 1. FC Köln geht mit 3 zu 1 als Sieger vom Platz steht jetzt mit 7 Punkten nach 4 Spielen da. Das liest sich auf jeden Fall schon mal etwas besser und man muss sagen im Großen und Ganzen kann man mit dem Spiel und mit der Leistung denke ich sehr zufrieden sein. Aber wie immer schauen wir uns das Ganze natürlich von Spielbeginn bis zum Ende an. Es war so, beide Teams sind in einer 4-4-2-Formation ins Spiel gegangen. Der FC mit genau der Formation wie es auch im Match der Talk predicted hatte. Es ist so, dass Maynard und Lubitsch auf den Außen spielten. Hussein Barsic und Martel zentral. Lamperle Downs die Doppelspitze und Dominik Hainz ersetzte eben den erkrankten Timo Hübers. Ich hatte sehr oft in den Kommentaren stehen, dass gerade der Ausfall von Timo Hübers sehr schwer wiegen wird, wo ich auch grundsätzlich dabei bin, weil Timo Hübers einer der besten, vielleicht sogar der beste Innenverteidiger der 2. Liga sein kann. Allerdings bringt Dominik Hainz eben eine gewisse Routine und Erfahrung mit, wobei ich immer noch dadurch sage, dass er für die 2. Liga mehr als ausreichend ist. Jedenfalls ist Schalke, wie ich fand, ganz gut in die Partie gekommen. Schalke hat auch, würde ich überhaupt, einen Dampf nach vorne gemacht, ohne jetzt so richtig mega krass gefährlich zu werden. Also es gab einen Schuss von Mohr, glaube ich, genau auf Urwig, den er so hochgetapet hat und dann gepflückt hat im Nachhinein. Und danach gab es noch einen Schuss so halb rechts, wo Urwig noch mit den Fingerspitzen dran ist. Ja, der dann letztendlich zu einer Ecke für Schalke gekommen ist. Ich muss sagen, in der 2. Hälfte auch, aber allen voran in der 1. Halbzeit die Standardsituation, also Freistöße und Eckbälle, boah, bei Schalke 04 wirklich komplett bodenlos. Also das hat mich echt an die Freistöße und Eckbälle des 1. FC Köln unter Steffen Baumgart erinnert, nämlich immer Kurzgespiele, wobei gefühlt nie eine Flanke oder eine gefährliche Torchance bei rausspringt. So war es jedenfalls bei Schalke, was natürlich unser Glück eben für unseren 1. FC Köln war. Der FC ist dann all about nach 15, 20 Minuten das erste Mal richtig gefährlich vors Tor gekommen. Damien Downs nach einem Steckpass von Dejo, glaube ich, war es. Ja, schießt der Junge so halb aus der Drehung, will den Ball flach links am Torhüter vorbei schießen. Keeper macht sich breit und ja, Hekerin hier mit einer richtig guten Parade gegen Damien Downs. Kurz danach hat der FC eine zweite riesige Chance, also da waren nicht wenige, ich war ja auswärts vor Ort, die neben mir gesagt haben, dass eine 100%ige von Erik Martel, der nach einer Flanke da wirklich im Fünfer komplett frei zum Kopfball kommt, aber auch hier Hekerin genau in die Arme köpft. Ja, da hat der FC zwei sehr, sehr große, schrägstrich 100%ige Torchancen liegen lassen. Schalke, wie gesagt, gut reingekommen, der FC aber dadurch schon die besseren Chancen gehabt, wie ich fande. Ja, und dann folgt die 25. Minute, es gab vorher, glaube ich, eine Trinkpause und danach ist ein langer Ball von Schalke irgendwie denen so gefühlt um die Ohren geflogen. Es gab dann einen Kopfball von Dominik Heinz vorne ins Halbfeld. Dejo hat den Ball dann letztendlich, steckt ihn vorne durch und Damien Downs macht eigentlich genau das, was er vorher in der vergebenen Szene macht. Er schließt einfach direkt ab und haut den Ball mit seinem rechten Fuß rechts ins Tor. Ich glaube, der war für Hekerin auch nicht zu halten, weil er auch ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt war, glaube ich zumindest. Also nagelt bin ich nicht auf alles fest, was ich hier sage. Ich habe es halt vom Gästeblock aus so gesehen. Ich habe mir jetzt nichts mehr angeguckt oder so. Ja, und dann war es halt 1-0 für unseren 1. FC Köln. Sehr, sehr guter Start mit der 25. Minute, auch noch für ein Auswärtsspiel, ein relativ frühes Tor. Und ja, Ljubicic mit seiner zweiten Vorlage muss man hier auch mal erwähnen. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Vorher ja schon Chancen eingeleitet. Ja, und dann war es so, unser FC hat, finde ich, fußballerisch ab diesem Moment spätestens deutlich reifer gewirkt wie Schalke, fand ich. Wir haben viele gute Passpaßchen gehabt. Wir haben viele, viele gute Doppelpässe gehabt und viele, viele gute spielerische Lösungen, teils auf engstem Raum. Da muss man sagen, ist eben Ljubicic oder auch Usain Basic sehr begabt drin. Also technisch war das schon teilweise für die zweite Liga sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ja, und dann denkst du als FC-Fan, okay, super Auswärtsspiel. Du führst 1-0 und so gehst du in die Pause. Allerdings gab es dann in der 45. plus 1 noch eine riesen Konterschance des 1. FC Köln. 2 gegen 2. Downs und Meiner. Ja, Meiner steckt eben durch auf Damien. Damien nimmt den Ball halbrechts einmal an, spielt den Ball direkt wieder in die Mitte. Dadurch taucht Linden Meiner alleine vor dem Schalker Torhüter auf und macht es dann am Ende ein bisschen spannend. Man muss auch sagen, finde ich zumindest, er hat auch ein bisschen Glück. Er geht links aus seiner Sicht am Torhüter vorbei. Torhüter versucht nochmal nachzugreifen, kommt aber nicht mehr an den Ball. Ja, Meiner wartet, bis er den Ball dann quasi vor dem linken Fuß frei hat, um aufs Tor zu schießen. Schießt dann aufs rechte Eck und einer von Schalke war noch auf der Linie. Ich glaube, Cisewe müsste es gewesen sein, der fast da noch dran war, muss man sagen. Allerdings kann es uns egal sein. Das war dann das 2-0. Auch ein sehr wichtiger Zeitpunkt, auch mal vor der Pause nochmal nachzulegen mit diesem 2-0. Und ich glaube, dass das im Verbund mit dem, was dann danach folgen sollte, so ein bisschen, ich will nicht sagen, der komplette Genickbruch für Schalke, aber schon ein immenser doppelter Nackenschlag war. Denn der FC geht 2-0 in die Pause. Downs mit einem Tor und einem Assist. Freut mich für den Jungen sehr. Ich habe ja bereits nach dem Braunschweig-Spiel gesagt, dass Damien für mich aktuell immer besser wird und sehr nah dran ist, sich endlich für seinen Aufwand zu belohnen. Das hat er dann heute mit Tor und Vorlage in der ersten Halbzeit eben getan. Die zweite Hälfte geht los und man muss sagen, der FC, wie ich finde, mit einem Sahneangriff. Also der Ball kommt auf die linke Seite, eben zu Lindenmeiner. Der spielt den Ball nochmal links raus, Pakarada überläuft, schießt den Ball an langen Pfosten und Tim Lemperle steht da, wo ein Stürmer stehen muss und schiebt den Ball eben zum 3-0 ein. Das Ganze wurde dann auch via VAR nochmal geprüft, genauso wie beispielsweise auch das 2-0 nochmal geprüft worden ist. Aber beide Tore kamen der VAR dann zu dem Entschluss, dass er es zählen muss. Ich für meinen Teil sage auch, dass die aus meiner Sicht zählen müssen. Ja und so machst du einmal direkt vor der Pause, einmal direkt nach der Pause ein Tor. So steht es dann 3-0. Dann sollte man eigentlich meinen, dass der Stecker gezogen ist. Allerdings muss ich sagen, wirkt es für mich zumindest so ein bisschen, je länger das Spiel ging, desto eher war unser FC auch ein bisschen platt. Also ich will jetzt hier keine Diskussion über Fitness oder sonst was entfachen, weil Gerhard Struber ja sehr, sehr viel Laufarbeit auch machen lässt. Aber für mich hat es in diesem Spiel zu Hause, zu Hause sage ich schon, sorry, in diesem Spiel, in diesem Moment, keine Ahnung wie ich jetzt auf zu Hause kam, so gewirkt, dass es eben ja beim 1. FC Köln da ein bisschen an Kraft dann eben gemangelt hat. Es war dann so, dass Schalke dann in der 66. Minute einen Elfmeter bekommt. Klarer Elfmeter muss man hier sagen. Dennis Hussein Basic, ja, tritt da auf jeden Fall. Younes deutlich auf den Fuß, ist ein klarer Elfmeter. Karaman verzögert dann, schießt den Ball so halb links, mittig, halb links, irgendwas dazwischen. Den Ball dann rein, Urwig in die andere Ecke unterwegs und dann natürlich Schalke ist ein emotionaler Fußballtempel. Dann waren die Schalker Fans wieder da und dann gab es halt wirklich kurz danach wirklich, ja, ein Aufwind nochmal von Schalke, der dann beinahe durch Tobias Mohr mit dem 2 zu 3 belohnt worden wäre. Da hat der 1. FC Köln Glück, dass es vorher abseits ist. Ich glaube, es war auch knapp abseits, aber boah, also wenn du da das 2 zu 3 wirklich fängst und du bedenkst, dass da noch Restspielzeit ist, plus dann eben am Ende haben wir ja 9 Minuten Nachspielzeit gesehen, boah, dann wäre es glaube ich nochmal für unseren 1. FC Köln verdammt, verdammt eng geworden. Das muss man auf jeden Fall mal sagen. Dominik Heinz musste im Laufe der 2. Hälfte dann angeschlagen raus. Für ihn kam Elias Bakadukander, der mir vorher noch ein bisschen leid tat, weil er schon zur Bank lief, sich schon umgezogen hatte, schon an der Seite stand und dann kam Dominik Heinz nach einer Behandlung doch nochmal kurz rein und der Junge saß dann wieder mit dem Bleibchen auf der Bank und ich dachte mir, boah, der Arme, der hat jetzt gedacht, ey, hier ist sein 1. Einsatz und ja, den hat er dann doch nicht bekommen. Jedenfalls ist es dann so gewesen, dass, ja, der 1. FC Köln es dann mit Aaron Krach dann über die Bühne bekommen hat. Wir haben am Ende 3 Wechsel dann nur gehabt. Tiges kam noch eben für Lemperle und dann eben in der 90. Minute Luca Balschmidt eben für Damien Downs. Ich denke, bei Damien Downs natürlich aus Leistungsgründen, um ihm dieser Leistung gerecht zu werden, nochmal einen Applaus zu geben, den Jungen kurz vorher auszuwechseln und Tim Lemperle hat vorher im Zweikampf da ordentlich einen Rücken bekommen. Ja, warum Steffen Tegges wiederkommt, weiß ich nicht. Das werden wir uns jede Woche wieder fragen. Ich habe mir eigentlich auch heute wieder gedacht, dass eigentlich das Richtige gewesen wäre, in so einem Spiel gerade für Konter- und Umschaltsituationen mal einen Havn-Owus einzuwechseln. Dem war nicht so, aber letztendlich kann es ja final auch egal sein, weil wir dieses Spiel eben gewonnen haben. Ich muss sagen, ich fand auch unterm Strich die Schiedsrichterleistung gar nicht so schlecht, was mich nur ein bisschen gestört hat, dass wir hier ja wieder viel zu oft und viel zu schnell teilweise gelbe Karten bekommen haben. Also ich glaube, von Baka Tukanda und von Jan Thielmann absolut in Ordnung, weil beides taktisch ist faul, aber Julian Pauli und Erik Martel, muss ich sagen, fand ich da ein bisschen übertrieben für die erste Situation direkt schon eine gelbe Karte zu geben. Aber ja, wir wollen nicht über den Schiedsrichter meckern. Das nur nochmal diese zusätzlichen Eindrücke von mir zu dem Spiel. Und ich muss sagen, unterm Strich glaube ich schon, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat. Und das nicht, weil unser 1. FC Köln jetzt hier doppelt so viele Torschüsse hatte oder Schalke nur hinten reingedrückt hat und an die Wand gespielt hat, sondern weil so ein bisschen das passiert ist, was ich ja auch im Match der Talk prediktet habe. Schalke wird gerade zu Hause auch versuchen, Fußball zu spielen und die werden sich halt nicht hinten einbunkern und nur auf Konter spielen. Und das kommt unserem 1. FC Köln halt entgegen. Wir haben bei den Toren, haben wir es ja auch gesehen, wir haben teilweise wirklich in vielen Situationen äußerst viel Platz gehabt. Und das hast du halt bei allem Respekt halt meistens dann eben nicht gegen so Gegner wie Elversberg, wie Preußen Münster oder so. Das hat man dann eben öfters mal gegen so Gegner wie Schalke, weil die halt auch eben eine gewisse Qualität und eben auch eine gewisse fußballerische Herangehensweise haben, die unserem 1. FC Köln dann ein bisschen entgegenkommt. Und das haben wir heute genutzt. Ich fand, wir waren eiskalt. Ich glaube, die Schussstatistik war ungefähr Pari. Wenn man aber denkt, dass wir eben durch Damien Downs und durch Erik Martel vor unserem 1-0 in der ersten Halbzeit schon zwei sehr, sehr gute bis hundertprozentige Chancen hatten, dann muss man schon sagen, hat unser 1. FC Köln dann unterm Strich, auch wenn die Schussstatistik ungefähr Pari ist, die deutlich besseren Torchancen. Und ich muss sagen, wie ich eben angedeutet habe, fußballerisch fand ich uns auch echt gut. Phasenweise, ja, viele Doppelpässe gespielt, auf engstem Raum gute Lösungen gehabt. Und das war was, was wir aus meiner Sicht den Schalkern ein bisschen voraus hatten. Und daher muss ich sagen, geht der Sieg auch ohne FC Brille rein, nüchtern von mir betrachtet, schon für mich in Ordnung. Und sieben Punkte aus vier Spielen, wenn man bedenkt, dass wir gegen den HSV direkt das Auftaktspiel verloren haben, muss man sagen, kann man mehr als fein mit sein. Ja, Freunde, sorry nochmal für den Versprecher eben. Keine Ahnung, wie ich oft zu Hause kam, aber kann man mal eine Runde über mich lachen. In jedem Fall, ich war ja da, katastrophale Autofahrt hin und zurück. Gefühlt besteht der Ruhrpott leider nur aus Baustellen. Deswegen, ja, macht das vielleicht einen auch ein bisschen lange am Kopf, dass ich diesen Versprecher hatte. Aber wie auch immer, zum FC-Spiel muss man sagen, tolles Spiel, schöne Tore geschossen. Lampagne und Downs kommen langsam im Fahrt. Ich hoffe, dass die Jungs den Schwung noch ein bisschen mitnehmen können, auch wenn jetzt Länderspielpause ist, für die nächsten Wochen dann gegen Magdeburg und allen voran dann gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, Lindenmeier, da muss ich vielleicht auch jetzt schon die Hand heben. Wer mein Hot-Take-Video vor der Saison geguckt hatte, da habe ich mich ein bisschen zu sehr auf die Raute versteift und habe gesagt, Lindenmeier könnte vielleicht ein Verlierer des Systems werden. Da muss ich, glaube ich, jetzt schon sagen, da habe ich komplett falsch mitgelegen, weil Linden in der aktuellen Verfassung wahrscheinlich sogar einer unserer besten Spieler tatsächlich ist. Ja, und ansonsten hat diese Auswärtstour einfach Spaß gemacht. Wie ich eben gesagt habe, sieben Punkte sind jetzt absolut gut. Damit kann man auf jeden Fall zufrieden in die Länderspielpause gehen. Aber gegen Magdeburg zu Hause gilt es natürlich dann danach hoffentlich nachzulegen und dann ja noch fünf Spielen hoffentlich zehn Punkte auf dem Konto zu haben. Ansonsten, Freunde, interessiert mich jetzt natürlich abschließend, wie habt ihr das Spiel gesehen? Für welchen Spieler habt ihr euch besonders gefreut? Wer ist für euch vielleicht herausgestochen? Wie habt ihr den Gegner gesehen? Und wie zufrieden seid ihr mit der Leistung, mit dem Ergebnis und mit dem Tabellenstand jetzt, bevor es in die erste Länderspielpause geht? Lasst es mich alles sehr gerne wissen. Ich würde mich neben euren Meinungen wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius raus. Haut da rein und ciao.